Aiyer Panas Banjar, die heißen und heilenden Quellen von Bali. Im Norden der Insel Bali liegen die heißen und heilenden Quellen von Banjar. Aiyer Panas, was zu Deutsch ganz einfach heiße Quellen bedeutet. Mitten im immergrönen Dschungel findet ihr hier verschiedene Schwimm- und Kurbecken mit stark schwefelhaltigem Wasser und einem sehr hohen Anteil an Mineralien. Wer die Insel Bali einmal besucht, sollte sich dieses Thermalbad in freier Natur und die heilenden Kräfte seines Wassers nicht entgehen lassen. Das Schwimmbad mit seinen heißen Schwefelquellen besteht aus drei übereinander angeordneten Becken, an denen ihr entspannen und euch von der wohltuenden Wärme des Wassers verzaubern lassen könnt. Das heiße Schwefelwasser befindet sich in zwei großen Steinbecken, in denen ihr schwimmen oder einfach nur relaxen könnt. Das Wasser hat angenehme 38 Grad Celsius und die Schwefeldämpfe fallen nicht unangenehm auf. Das Naturbad, welches von einer Schwefelquelle gespeist wird, ist inmitten eines tropischen Gartens gelegen und natürlich, wie viele andere Orte auf Bali auch, eine heilige Stätte. Trotz der tropischen Lufttemperaturen und des warmen Wassers ist es eine wahre Freude, ein Bad in der Quelle zu nehmen. Aus kunstvoll gestalteten Wasserspeiern, in der für Bali typischen Form von drachenartigen Köpfen, fließt das Wasser abwärts von Becken zu Becken. Am letzten Becken angekommen, hat das Wasser schon an Temperatur verloren und ist ein wenig abgekühlt. Mehrere Wasserstrahlen prasseln in dieses letzte kleine Becken hinunter und wer möchte, stellt sich unter diese Strahlen und genießt eine herrliche Massage von Rücken und Schultern. Für viele von euch wird es doch recht ungewöhnlich erscheinen, wie man sich bei 34 Grad Außentemperatur auch noch in 38 Grad warmes Wasser begeben kann. Ja, die Quellen von Banja sind nicht nur heiß, sondern haben auch eine wohltuende und heilende Wirkung auf allerlei körperliche Beschwerden. Der durch die Wärme des Wassers gelöste Schwefel wirkt sich positiv auf Verspannungen, rheumatische Beschwerden, Schmerzen in den Gelenken und sogar auf Hautirritationen aus. Und so sind die heißen Quellen von Banja nicht nur ein schönes Ausflugsziel zum Baden im tropischen Grün, sondern lindern gleichzeitig auch noch diverse körperliche Wehwehchen. Neben den Schwefelbecken gibt es Umkleidekabinen, Schließfächer gegen Gebühr, Toiletten und Duschen. Auch ein kleines Restaurant gehört mit zur Anlage. Aber er wartet nicht zu viel. Die hygienischen Zustände sind, wie überall im asiatischen Raum, sehr gewöhnungsbedürftig. Der Besuch der heißen Quellen ist kostenpflichtig. Badekleidung absolute Pflicht, Badeschlappen sind ratsam und in die Becken darf man nicht vom Beckenrand springen. Morgens vor 10 Uhr ist am wenigsten los und es herrscht noch Ruhe. Die heißen Quellen von Banja liegen im Norden Balis, ca. 9 km von Lovina Beach und etwa 1 km südlich von Banja entfernt in den Bergen. Noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Den Schwefel im Wasser riecht man nicht nur, sondern er färbt das Wasser auch ein wenig trübe. Aber keine Sorge, aus der Quelle fließt ständig frisches Wasser nach. Der Schwefel färbt aber auch die Haut, helle Badebekleidung und die Handtücher beim Abtrocknen. Also nehmt am besten dunkle Badesachen und dunkle Handtücher mit und duscht euch nach dem Baden ordentlich ab. So, das war's für heute mit Ayr Panas Banja, den heißen und heilenden Quellen von Bali. Vielen Dank für euer Interesse. Hat euch unser Video gefallen? Dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Klickt im Anschluss auf die Glocke und ihr erhaltet immer die neuesten Videos von Tropisch Gesund. Also bleibt jetzt alle tropisch gesund bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf euch.